Musik 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 Gegenwärtig werden in der DDR über eine Million Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche bewässert. Dafür werden in Trockenjahren ca. 1,5 Milliarden Kubikmeter Wasser benötigt. In solchen Jahren reicht das natürliche Wasserangebot für eine bedarfsdeckende Bewässerung nicht aus. Das Bewässerungsprogramm der DDR stellt die Aufgabe, alle sich bietenden Möglichkeiten zur Erschließung von Wasserreserven zu nutzen. Eine Möglichkeit bieten die kommunalen Abwässer. Deren Menge mit der steigenden Zahl der Neubauten zunimmt. Ein großer Teil der gegenwärtig anfallenden 1,5 Milliarden Kubikmeter Abwasser könnte entsprechend den Güteranforderungen an Bewässerungswasser für die Beregnung genutzt werden. Derzeit wird davon nur ein geringer Prozentsatz effektiv genutzt. Musik Bei bedarfsgerechtem Einsatz der Abwasserverregnung in der Landwirtschaft können pro Hektar mehr Erträge in Höhe von 15 bis 17 Dezitonnen Getreideeinheiten erzielt werden. Die Verwendung von Abwasser weist gegenüber der Bewässerung mit Klarwasser Besonderheiten auf, wie Behandlung in Kläranlagen, Einhaltung der Hygienebestimmungen, Nährstoffgehalt, spezielle Fruchtfolgen und Anlegen von Schutzpflanzungen. Wenn im Ackergrasbau 200 Millimeter Abwasser pro Hektar ausgebracht werden, bedeutet das eine zusätzliche Nährstoffgabe von durchschnittlich 60 Kilogramm Stickstoff, 16 Kilogramm Phosphor, 40 Kilogramm Kalium, 130 Kilogramm Kalzium und 35 Kilogramm Magnesium. Bei dem zur Ertragshöhe und Ertragsstabilität notwendigen Mineraldüngungsniveau beruht der ertragssteigernde Effekt aber in der Hauptsache auf der Wasserwirkung. Bei überhöhten Abwassergaben kann es sogar durch Abspülung und Versicherung zu Nährstoffverlusten und zu Beeinträchtigungen der Umwelt kommen. Abwässer gehören trotz Behandlung in Kläranlagen zu den hygienisch bedenklichen Wässern. Sie werden entsprechend ihres Gehaltes an biologischen und chemischen Stoffen von der Hygieneinspektion in verschiedene Eignungsgruppen eingestuft. Zwischen der letzten Abwassergabe und der Ernte müssen festgelegte Karenzzeiten eingehalten werden. Das ist aber gerade die Phase des größten Massenwachstums mit dem größten Zusatzwasserbedarf. Auch wenn in dieser Zeit durch Trockenperioden der Zusatzwasserbedarf ansteigt, sind mehr Erträge mit Hilfe von Abwasser nicht zu erzielen. Aus hygienischer Sicht eignen sich nicht alle Fruchtarten für die Abwasserverregnung. Alle Gemüsearten dürfen prinzipiell nicht mit Abwasser beregnet werden. Um die Abwässer bestmöglich auszunutzen, sind spezielle Abwasserfruchtfolgen in Abhängigkeit von den Standortbedingungen einzurichten. Auf sorptionsschwachen Böden ist die Fruchtfolge Knaulgras mit zweijähriger Nutzungsdauer, Silomais, Wintergerste und Winterroggen. Mit zunehmender Bewässerungsfläche soll der beregnete Getreideanteil an der landwirtschaftlichen Nutzfläche steigen. Auf sorptionsstarken Böden bewährt sich dagegen die Fruchtfolge Zuckerrüben, Winterweizen, Welsches Weidelgras und Silo- oder Körnermais. In den Beregnungsfruchtfolgen werden bis zu 40% Getreideanteil gefordert. Zwischen witterungsabhängigem Bedarf der Pflanzenproduktion und kontinuierlichem, ganzjährigem Anfall des Abwassers bestehen größere Unterschiede. Daher kann in manchen Verwertungsgebieten der Bau von Speicherbecken und zusätzlichen Pumpstationen zweckmäßig sein. Letztere können bei bedarfsgerechter Zusatzwasserversorgung für die Vegetationsperiode in Freiluftbauweise errichtet werden. Sollen im Winterhalbjahr Abwasser oder Gülle ausgebracht werden, müssen die Anlagen in frostsicheren Gebäuden untergebracht sein. Für die Abwasserverregnung werden vorwiegend rollende Regnerleitungen eingesetzt. Hauptsächlich mit dem Mittelstrahlregner U64 oder mit dem Starkregner G68, der mit einer Gummidüse versehen ist. Die am Ende der Regnerstränge befindlichen Entregner verhindern Verstopfungen durch mitgeführte Gruppstoffe. Dem gleichen Zweck dienen die Schnellverschlussschieber. Je nach Windstärke muss bei der Abwasserverregnung mit einer Tröpfchen- und Keimverfrachtung von 200 bis 300 Metern gerechnet werden. Damit Verkehrsflächen, Siedlungen, beweiderte Grünflächen sowie Obst- und Gemüseanlagen nicht beeinträchtigt werden, ist eine Sicherheitszone von 200 Metern zwischen Abwässerverregnungsfläche und solchen Objekten einzuhalten. Oder es sind wirksame Schutzpflanzungen anzulegen, durch die der Sicherheitsabstand um die Hälfte reduziert werden kann. Die Abwasserverregnung kann, ähnlich wie die Klarwasserberegnung, bei verantwortungsbewusster Eingliederung in die Pflanzenproduktion zur Ertragsstabilisierung beitragen und zu wesentlichen Ertragssteigerungen führen. Zusätzlich wird durch die beachtliche Filter- und Abbauleistung des Bodens hinsichtlich der organischen und mineralischen Bestandteile des Abwassers ein wertvoller Beitrag zum Umweltschutz geleistet. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020